Hey Union, man fadet für ne geile Leistung, geile Leistung, körper Saison. Hey Union, man fadet für ne super Krönung, und da danken wir jetzt auch mal unseren Chefs. Olli Runa, du bist einfach nur der Beste, einfach Beste, einfach Super. Olli Runa, du bist einfach nur der Geilste, Manager, auf den wir so stolz sind, jawoll. Dirk Singer, du bist echt ein super Präsi, super Präsi, toller Präsi. Dirk Singer, du bist echt der geilste Präsi, und da danken wir dir hiermit mal ganz toll. Christian Arbeitmann, bist du für ein toller Sprecher, toller Sprecher, super Redner. Christian Arbeitmann, bist du für ein toller Ausgang für uns und unseren Verein. Jawohl. Den kompletten Vorstand wollen wir hier danken, hier durchsprach wirklich alle Schranken. Den Betreuerteam, den wollen wir respektvollen, und auch allen, die für Union tätig sind. Der Verein ist einfach nur der Beste, einfach Beste, einfach Geilste. Der Verein macht uns einfach nur glücklich. Wir sind stolz, dass wir und oder Rett einladen. Hallo. Jawohl. Goodbye. Goodbye.